hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger heute eroberung auf der szenenüberklärung und ich habe dafür in meinen koffer eingepackt die pkp mit der m 1911 ein bisschen zu viel sondern mit dabei das heißt für euch ich habe den versorgungssoldaten mit dabei das heißt ich kann immer schöne munitionspäckchen werfen so ich spiele hier übrigens noch mit dem bineke clan die sind wieder alle mit an bord und ich möchte heute mit euch nicht über das gameplay reden sondern ein bisschen über das neue dlc und zwar close quarters heißt das neue dlc was es ab dem 12 juni 2012 ja für uns geben wird ich weiß jetzt nicht ob es exklusiv für ps3 xbox oder pc ist ich glaube mal es werden alle bekommen ich hoffe es zumindest dass sie da nicht so und so ein bullshit machen schauen wir aber einfach mal und wir gehen mal ein bisschen mal detailliert ein es wurde ja sehr häufig von spielern kritisiert es ist in battlefield nicht genug action und die er hat sich daraufhin gedanken gemacht nach gesagt okay ihr wollt mehr action könnt ihr haben und zwar haben sie halt close quarters eingebaut also spricht den nahkampf und gerade die die neuen level sind besonders auf den häuser kampf aufgelegt und eine art ja wie soll man sagen battlefield großen warfare ich hoffe nicht dass es so extrem sein wird aber in einigen foren liest man das ganze schon es sind ja mit namen im spiel wie sie bar tower was was hatte ich noch gelesen was waren da noch irgendwas dort wie fortes oder irgendwie sowas ich weiß es jetzt gar nicht genau wie die wie die maps alle heißen auf jeden fall bei simba tower sieht das ganze so aus dass es ein hochhaus ist beziehungsweise ein zweistöckiges häuschen penthouse auf dessen dach eine mischung aus villa und museum sein wird mit swimming pool ist davor und allem möglichen und es geht so in die richtung von dem spiel mirror's edge und auf einmal ist dann alles vorbei nämlich wenn das spiel beginnt da ist alles der papa zerstörbare wände holzvertefelung glas scheiben fliegen den leuten um die ohren und ich denke genau da werden sie auch sehr viel wert auflegen dass er gerade wieder diese dieser zerstörung modus und wenn ich mal in battlefeed weiter auferlebt wird es werden auch neue waffen kommen dazu komme ich gleich noch auch ein neuer spielmodus soll vorhanden sein er nennt sich so wie ich das bisher jetzt gefunden habe conquest domination finde ich ein bisschen doppelt gemoppelt es wird so beschrieben dass das eine art team deathmatch ist nur halt mit flaggen also die spawns werden wie im team deathmatch sein das heißt willkürlich auf der map und man muss halt flaggen erobern und dieses soll halt wesentlich schneller passieren als hier in diesem eroberungs modus ich bin wirklich gespannt wie die das ganze umsetzen wollen für die fans von einer gediegenen partie rasch kann man nur sagen das wird es leider nicht geben denn der rasch modus soll ja klaus quarters soll er nicht verfügbar sein bzw auf den neuen maps soll es diesen diese möglichkeit nicht geben weil die maps dafür einfach zu zu klein zu verwinkelt zu eng sind und es da nicht möglich wäre so heißt es von den entwicklern auf jeden fall wäre das wird es auch neue neue waffe geben was ich jetzt schon gehört habe es wird ein neues sniper gewehr geben m4 117 da wird es die acr geben dass l 86 lsw maschinengewehr die mp5k maschinenpistole spaß soll es geben und ich glaube noch drei vier andere waffen auf jeden fall kann man da sich sicherlich auf das ein oder andere neue wäffelchen freuen ich denke das ist auch ein bisschen notwendig gerade um den ich sag mal älteren hasen bei battlefield um die bei laune zu halten damit sie neue waffen haben diese aufleveln können um das service das frei zu spielen etc es wird wahrscheinlich um die zwölf euro kosten und ich weiß noch nicht was ich von dem von dem neuen spielmodus halten soll muss ich ganz ehrlich sagen das ist für mich so ein bisschen ich weiß es nicht wie wie das ganze sich so so ausleben wird aber man merkt auf jeden fall eckte vision ist auf jeden aktiven elektronik art entschuldigung ist auf jeden fall sehr sehr stark daran geneigt neue aufträge reinzubauen ich glaube zehn neue waffen waren es jetzt letztendlich dann sind zwei weitere dlcs mit armoured kill und endgame für das jahr 2012 noch angekündigt worden und ich denke mal da wird uns noch so einiges schönes erwarten jetzt kommt natürlich wie frage l commander krieger wirst du dir das holen definitiv werde ich es mir holen ich muss es mir allein schon holen einfach um darüber auch zu berichten um darüber auch auf was sagen zu können und ich denke dass das ist eigentlich selbstverständlich zum beispiel waffen die aug wird es noch geben lese ich gerade dann die jng 90 keine ahnung was das noch sein soll ja spaß 12 habe ich gesagt mtr 21 sagt mir jetzt auch so nichts die acr ist mit dabei dann donna fortress ist eine map die andere weiß ich jetzt auch nicht wie sie heißen auf jeden fall sollen sie wie gesagt sehr klein ausfallen um somit den leuten eine größere action so sage ich mal zu simulieren ich bin mal wirklich gespannt ob das ganze ob die rechnung da so aufgeht oder oder halt nicht also ob ob dieses 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 close combat ob dieses wirklich in battlefield ja angenommen wird das weiß ich nicht das wage ich noch ja nicht vorhersagen zu können ob das ganze erfolgreich sein wird oder nicht ich meine bisher wenn man sich jetzt battle feedback company 2 anschaut oder battle 4 3 da sind mit kaspischer grenze sehr große maps dabei klar es gibt sehr viele server gerade denke ich mal auf dem pc operation metro das ist einfach der knaller und ich möchte gerne ein das ist jetzt der nächste punkt den ich habe da ich auf dem pc ich habe das spiel zwar für pc aber ich krieg da mal überhaupt nichts gebacken gerade auch mit 64 mann was natürlich heidenspaß macht aber wo man die ganze zeit nur auf die fresse kriegt wenn irgendeiner von euch da draußen in richtig geiles gameplay 64 mann server eroberung operation metro hat dann soll er mich doch bitte anschreiben bitte auch nur das und mit richtig geil meine ich auch wirklich ein ansehbares gameplay und nicht die ganze zeit was weiß ich mit einem mit der leichten maschinenpistole da irgendwie eine ecke sondern wirklich auch fahrenden erobern verteidigen leute wiederbeleben mit munition versorgen und solltet ihr das haben dann ist das doch ziemlich interessant für mich und das würde ich gerne mal für euch kommentieren das heißt ihr habt jetzt die möglichkeit quasi einen ein gast commentary auf meinem kanal zu gewinnen von mir ist auch gerne als dual commentary wo ihr ein richtig geiles fettes gameplay ja er spielen könnt ich gebe euch dafür eine woche zeit natürlich auch mit einer fetten aufnahmequalität also jetzt irgendwie hier so einer ranzigen auflösung nie also es soll schon wirklich das maximum sein dass die leute auch wirklich einen richtig krassen unterschied sehen können würde ich mich freuen wenn es da jemanden gibt der sagt ich habe hier was richtig krasses wenn es jetzt eine andere map ist und das ist auch in 64 mann server und es geht auch richtig direkt schon ab dann schreibt mir einfach mal eine nachricht beziehungsweise ich werde im forum schreibt mir keine nachricht schreibt mir keine nachricht ich werde im forum dazu einen bereich aufmachen wo ihr dann unterschreiben könnte ich habe folgendes gameplay mein score ich spiele mit der waffe auf der und der map pc 64 mann server brauche ich nicht erwähnen ich spiele vielleicht noch in einem klaren etc und mein youtube account unter dem duo ja mir fragen zu der sache stellen kann es lautet blablabla das werde ich im forum packen oder rein schnubbeln den link werdet ihr dafür in der video beschreibung finden ich bin mal gespannt was da so alles zusammenkommt natürlich sollte das gameplay nicht schon hochgeladen sein das wäre ziemlich nice und da bin ich mal gespannt was sich da so kreatives cooles finden lässt zumal ich auch sagen muss dass ich momentan noch ein paar probleme habe ja so das richtig schöne leckere gameplay in battlefield zu ergammeln beziehungsweise zu erspielen warum wieso weshalb das liegt für mich momentan so ein bisschen an den servern weil ich einfach nicht vernünftige server finde wenn ich eine gute runde habe ja da wirst du gekickt hast du eine vernünftige runde kurs auf den score und dann siehst du scheiße die runde dauert noch zwei stunden ja vielen dank also dass das finde ich ein bisschen schade dass es sehr schwierig ist die normale server zu finden und zum thema sport werden was wir jetzt hier so ein bisschen machen weil wir haben alle fahren gesichert okay wir haben jetzt verloren aber es ist doch wirklich tatsächlich möglich im battlefield in einer gewissen art und weise den sport ein bisschen zu retten die gegner abzufangen und da ist es für die gegner auch wirklich sehr schwer daraus zu kommen und man kann kills sammeln ohne ende wenn er jetzt zum beispiel ziel neben mir noch einer mit dem medien liegen würde da hätte der gegner ich kaum eine chance hier rauszukommen aus so einer engen umklammerung und da gibt es ja auch so ein paar gerüchte ja das ist du auf trallala bei modern warfare ist es ja schon oder bei call of duty ist ja schon fast gang und gäbe teilweise zu sport treffen und mich würde mal interessieren wie seht ihr das ganze sollte es dafür irgendetwas geben ich sag mal sie haben es ja schon in einer gewissen art und weise versucht den sport des gegners zu schützen dadurch dass dass man so quasi eine abgrenzung gemacht wo man nicht rein rennen kann aber mich würde jetzt mal interessieren habt ihr ideen wie man das ganze noch ein bisschen perfektionieren könnte oder sagt ihr das gehört einfach dazu das muss so sein wenn der gegner sich so hinten in sport rein treiben lässt dann muss auch dafür bestraft werden da bin ich mal wirklich gespannt wie ihr das ganze seht und ihr seht auch schon der drops ist hier eigentlich ja ziemlich ziemlich schnell gelutscht worden nur noch elf kleine ticke 10 man kann schon fast runter zählen die sekunden die ja hier der gegner ja ich möchte nicht sagen vernichtet weil es sind ja letztendlich auch abonnenten die er mit gespielt haben wenn ihr übrigens in der gegner lobby gewesen seid oder auch im team gewesen seid und ihr habt ein schönes gameplay was von euch hier spielt das könnt ihr es gerne als video antwort schicken ich werde es dann annehmen und ja das war es auch schon ganz ganz souverän geworden würde ich mal sagen und mein score 17 zu 5 und ich verabschiede mich mit einem gutschuss euer kommander krieger und bitte schreibt mir mal eure meinung zu meinen themen spricht zu den map hacks zu dem sport schreibt mir das ganze mal in die video kommentare was ihr davon haltet wie ihr darüber denkt und ich verabschiede mich jetzt bei diesem wunderschönen schwarzen bildschirm mit einem gutschuss euer kommander krieger bis zum nächsten mal